Okay, falls du es gerade nicht mitgekriegt hast, was du hier gesehen hast, ist ein Mausjiggler. Ein Mausjiggler macht nichts anderes, als dass er kurz die Maus bewegt. Jetzt kann man natürlich fragen, wofür braucht man denn sowas? Wenn du schon mal in dem Problem warst, dass du einen Windows-Rechner aufgesetzt hast und du wolltest nicht, dass der schlafen geht, dann kannst du eigentlich alle fünf Minuten die Maus antippen, dann schläft er nicht ein. Oder du gehst aus dem Zimmer und das Ding schläft natürlich ein und bleibt mit dem Update-Prozess kleben oder sowas. Oder du möchtest einfach nur rausfinden, wie lange der Akku von einem Notebook läuft. Dann hilft so ein Ding schon gewaltig. Ja, ja, ich weiß. Man kann auch hingehen, in die Energieeinstellungen gehen und da drin den Sleep komplett abschalten. Manchmal möchte man das aber einfach nicht. Und manchmal ist die einfachste Lösung zu sagen, ich stecke hier einfach so ein kleines Modul an und dann wackelt das einfach alle 30 Sekunden kurz mit der Maus. Der Rechner schläft nicht ein und ich kann hier dran messen, was ich hier dran möchte. Wie sowas gemacht wird? Ja, natürlich mit einem Mikrocontroller. Und natürlich ist die erste klassische Frage, kann ich dafür mein Uno verwenden oder meinen Nano, den setze ich jetzt hier mal gleich. Und die schlimme Antwort ist, nö, kannst du nicht. Warum kann ich den nicht verwenden? Der Trick hierbei ist der, dass deine kleine CPU, die hat Mega 328p hier drauf, dass die nicht direkt mit deinem Computer redet. Und zwar gibt es da diesen kleinen Chip, der hier auf der linken Seite ist unter dem Quarz. Der ist eigentlich für die Kommunikation zuständig zwischen dem Mikrocontroller, also dem eigentlichen Uno und deinem Computer, mit dem du das Ding programmierst. Der macht auch die serielle Umwandlung, weil für den Computer sieht das Ding halt aus wie ein serielles Gerät. Dieser Chip kann aber tatsächlich nur so tun, als wenn er eine serielle Schnittstelle wäre. Der kann nicht so tun, als wenn er jetzt irgendwas anderes wäre. Um von deinem Computer als Maus wahrgenommen zu werden, muss es aber ein HID-Gerät werden, ein Human Interface Device Gerät. Das kann unser Uno nicht. Wir brauchen also eine andere CPU. Du könntest zum Beispiel so eine Spark von ProMicro verwenden. Wenn du hier aufs Board schaust, siehst du zum Beispiel, die hat nirgendwo so ein Übersetzer-Typ wie das Ding, was wir eben auf der Uno gesehen haben. Die macht ihre Kommunikation mit USB, macht die tatsächlich selber. Das liegt daran, dass die CPU, das ist eine AT-Mega-32U4, selbst ein USB-Interface mitbringt. Der alte AT-328 auf der Uno kann das nicht. Dieses Ding macht also tatsächlich die ganze Kommunikation selber und der kann zum Beispiel so tun, als wenn er eine Maus wäre. Möchtest du lieber im klassischen Arduino-Formfaktor bleiben, bietet sich zum Beispiel so eine Leonardo an. Die hat dieselbe CPU wie die Spark-Fun, die wir eben gesehen haben, die ist im anderen Gehäuse hier drauf, ist aber auch eine AT-Mega-32U4. Kann also selbst so tun, als wenn sie ein HID-Gerät wie eine Maus zum Beispiel wäre. Noch ein Stückchen größer? Kein Problem. Nimm doch einfach eine Arduino Due. Die hat eine ARM-CPU drauf, dieses Monster-Ding da in der Mitte und die kann natürlich auch selbst ein USB-Krempel abwickeln. Ist natürlich totaler Overkill. Apropos Overkill. Geht das nicht auch kleiner? Ich meine, das sind ja jetzt alles totale ausgewachsene Boards und die sind jetzt auch nicht gerade billig. Also gerade die ganzen Original-Arduino-Teile. Aber wir wollen doch eigentlich nur eine doofe Maus simulieren. Wir brauchen nicht so viele Pins, wir brauchen nicht so viele Rechenleistungen. Geht das nicht auch kleiner? Ich meine, das ist ja cool, dass das alles mit diesen großen CPUs funktioniert. Aber ist das nicht totaler Overkill, wenn man jetzt hier so eine dicke CPU verwendet, um einfach nur eine Maus alle paar Sekunden mal durch die Gegend zu bewegen? Haaah. Ja, geht. Darf ich vorstellen, AT-Tiny 85. Das ist eine von meinen Lieblings-CPUs. So ein ganz kleines Ding, was hier auf dem Bild rechts zu sehen. Das Ding in der Mitte ist nur ein Spannungsregler. Ja, und das ist auch ein dickes Sparkboard hier. Und du siehst direkt, es hat oben einen USB-Pöppel dran. Naja, nicht einen ausgewachsenen, aber du kannst es direkt in eine USB-Buchse stecken. Und das Witzige ist, kein Kommunikationschip. Das heißt, der macht seine Kommunikation per USB auch selber. Hm, schauen wir uns das mal näher an. Die DigiSpark-Boards sind natürlich keine Original-Arduino-Teile. Das heißt, du musst hier ein bisschen am Interface einstellen, damit du die programmieren kannst. Das Erste, was du brauchst, Files, Preferences oder Voreinstellungen. Und dann schaust du hier unten unter Additional Boards. Und der Link für die DigiSpark-Boards ist der hier. DigiStump Packages, DigiStump Index, Dingenskirchens. Tatsächlich HTTP fällt mir gerade auf. Sehr merkwürdig. Wenn du den hier in deine Additional Board Manager URLs eingetragen hast, das dann okay ist das. Ich cancel das ja alles mal, weil bei mir ist das ja schon eingetragen. Kannst du tatsächlich im Board Manager kannst du einfach nach DigiSpark suchen. Oder DigiThump. Und dann siehst du hier unten auch schon das DigiThump AVR-Boards Package. Das ist bei mir natürlich schon installiert. Bei dir ist irgendwo hier, wenn du es nicht installiert, ist so ein Install-Button. Und dann kannst du loslegen. Ich finde dann nachher meine Boards unter Tools, Boards, DigiThump AVR-Boards und der Default ist schon der richtige. Dann kann ich natürlich direkt in die Examples reinschauen, in die Beispiele. Und hier sehe ich für den DigiSpark meine Beispiele. Und hier ist zum Beispiel auch eine Maus dabei. Genau. Die schaue ich mir jetzt mal kurz an. Mal schauen, wie die das machen. So, wir sehen als erstes, hier wird eine DigiMouse included. Das ist wahrscheinlich der Treiber dafür. Die muss im Setup kurz gestartet werden. Und hier steht das Wichtigste. Fnit Using Plant for Mouse Delay. Make sure to call DigiMouse Update at least every 15 milliseconds. Das heißt, wir haben hier das Problem, dass wir die Maus praktisch die ganze Zeit updaten müssen. Reintessions liegt es daran, dass das HID-Gerät an sich die ganze Zeit mit Windows reden muss und sagen muss, ich bin noch da, ich bin noch da, ich bin noch da, ich bin noch da. Macht es das nicht. Denkt Windows irgendwann von wegen, okay, die Maus ist abgezogen und deinitialisiert die und wird dann total strubbelig, wenn du anfängst, das nicht im richtigen Rhythmus zu machen. Bedeutet, wir können uns keine Delays im Loop leisten. Wir müssen uns also irgendwas einfallen lassen, wie wir den Loop bauen, ohne dass wir Delays verwenden. Das wissen wir aber schon voraus und wenn wir uns das hier anschauen, ist das ja total einfach. DigiMouse Move, Y und X Richtung, dann haben wir einen DigiMouse Delay, was dann wahrscheinlich die ganze Zeit einen Refresh macht. Und das ist der ganze Trick hierbei. Ja, ich glaube, das können wir, ne? Okay, dann lasst uns mal kurz ein paar Teilen dazu runtertippen, mal sehen, ob das alles mit unserer Maus soweit funktioniert. Das erste, was ich mache, ich inklude mal gerade die, na komm her, du Feuchtling, DigiMouse. Und tatsächlich mit einem großen D, einem großen Maus und H. Nicht K, H. So, damit haben wir jetzt schon mal Funktionalität eingebunden. Das ist alles schon richtig. Was wir jetzt brauchen, sind so ein paar Sachen, wir können aber ein paar Sachen definieren dazu. Also ich möchte, glaube ich, gerne als Kontrolle, möchte ich, glaube ich, gerne die LED auf dem Board, tatsächlich hat das Ding auch noch eine LED auf dem Board, blinken lassen, wenn da die Maus sich bewegt. Das wird nur kurz sein, aber da gibt es gleich einen Trick zu, wie wir das am dümmsten hinkriegen. Ich definiere mir also erstmal eine LED. Und zwar ist die in diesem Fall auf diesem Board auf Pin 1. So, jetzt möchte ich gerne haben, damit wir das irgendwie schick hier oben einstellen können, weil wir müssen vielleicht ein bisschen ausprobieren, was denn eine gute Zeit ist. Ich nenne es jetzt mal JiggleMouseEveryX6. Also bewegt die Maus alle, was sagen wir mal, 15 Sekunden zum Ausprobieren, klingt gut, ne? Also alle 15 Sekunden. Prima. So, wir wollen das Ganze gleich um 10 Schritte, ich glaube, das sind 10 Pixel auf deinem Bildschirm, ich weiß nicht genau, wie die Übersetzung funktioniert. Das kann sein, dass es was mit DPI noch zu tun hat. Aber deshalb definieren wir es hier oben, dann ist es nämlich gleich einfacher zu ändern. Ich nehme jetzt einfach mal eine 10. Und wir wollen natürlich, dass die Maus sich einmal nach unten bewegt und sich dann wieder zurück bewegt. Und wir brauchen dazwischen eine Zeit. Das heißt, wir sagen jetzt einfach die Fine, vielleicht schreibe ich das hier oben auch nochmal richtig, JiggleSteps sind 10 und darunter dann JiggleTime soll sein 100 Millisekunden. 100 Millisekunden ist, glaube ich, ausreichend, das sollte man gut sehen können. So, wir haben unsere DigiMouse included und dann müssen wir eigentlich schon gar nicht mehr so viel vorbereiten. Und wir können nämlich jetzt direkt hingehen und sagen, okay, DigiMouse.beginn. Yay, klingt vertraut. So, wir wissen, wir wollen unsere LED da gleich irgendwie mitverwenden. Das heißt, es gibt jetzt erstmal ein PinMode. Quatsch, machen wir das mal so rum. LED, Output. Und damit die LED einen definierten Zustand hat, werden wir starten DigitalWriteLED, Low. Damit ist die LED erstmal aus. So, wir wissen, damit unsere Maus die ganze Zeit als Maus auch wirklich vom System erkannt wird, müssen wir die ganze Zeit hier praktisch im Loop DigiMouse.update aufrufen. Das müssen wir die ganze Zeit tun, damit die Maus halt wirklich vom System weiter erkannt bleibt. Jetzt müssen wir uns was einfallen lassen, dass wir das mit dem Mausbewegen asynchron machen. Sprich, dass es nicht irgendwie mit einem Delay läuft, sondern dass wir das praktisch nur aufrufen, wenn wir es wirklich brauchen. Ich mache uns mal eine Funktion dafür. Wollt, do the jiggle. Und da kommt unsere Funktion gleich rein. Und den rufen wir hier oben im Loop dann auf. Den rufe ich die ganze Zeit auf, weil wenn ich nichts zu tun habe hier drin, werde ich einfach direkt returnen und dann sind wir direkt wieder hier. Ich habe mit euch ja letztens schon mal so ein Ding gemacht, wo wir dann zeitgemessen haben und gesagt haben, wie lange soll das Ganze denn laufen. Ich mache das, baue ich jetzt hier das nochmal kurz schnell drin zusammen, das geht ja fix. Wir brauchen eine statische Variable, die also sich innerhalb dieser Funktion nicht ändert. Und zwar soll die eine UN32T sein. Und zwar hält die fest, wann dieser Loop das letzte Mal gelaufen ist. Ich nenne die einfach mal Last Time. Und wir füllen die jetzt einfach mal mit einer Null. Okay, gut. Jetzt kommt eine große IF-Funktion, in der ich jetzt aber prüfe, ist die aktuelle Zeit, die wir nachher dann irgendwann in Last Time speichern, ist die größer geworden als unser Intervall. Oh, unseren Intervall haben wir noch gar nicht festgelegt. Intervall, wir könnten das mal dynamisch machen. Willst du erst einmal damit? Machen wir das doch mal so, dass wir einfach sagen UN32T Intervall gleich 1000. So, jetzt haben wir nämlich hier, diese Funktion kann nämlich jetzt als eine Variable übergeben bekommen, wie lang der laufen soll. Zum Ausprobieren können wir das gleich mal mit 1000 machen. Ich kann hier aber jetzt aber zum Beispiel dann hingehen, wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass der länger wird. Und wir haben ja oben ja irgendwann definiert, wann das denn passieren soll. Zum Beispiel, das ist das hier, kann ich jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, jedes Mal, wenn meine Funktion aufgerufen werden soll, möchte ich gerne den hier, das ist ja in Sekunden da oben, also mal 1000. Und damit würde jetzt hier als Funktion übergeben werden, als Variable Intervall, das Ding hier. Wenn die Funktion aufgerufen wird mit einer Zahl hier oben dran, also so, dann wird Intervall mit dieser Zahl gefüllt. Ist das nicht so, hat Intervall auf jeden Fall den Wert 1000, das ist also immer eine Sekunde, wenn halt die Funktion nicht so aufgerufen wird. So können wir das aber schön flexibel halten. Das könnte man ja, das ist sowieso global. Wir könnten das jetzt, müssten das auch gar nicht hier so drin machen. Aber ich mag das jetzt gerade mal so rum zeigen, dass es auch so rum geht. Okay, dann finden wir doch mal gerade unsere Funktion, dann finden wir doch mal gerade heraus, ob unsere Zeit abgelaufen ist. If, if ist immer gut. So, und das muss ich ein bisschen typecasten, sonst habe ich hier ein Problem drin. Komm her, wo bist du? Da bist du. UNT 32. Töp. So, und hier drin, wo ist denn mein Cursor gerade hin abgehauen? Ist der Maus-Jiggler drin? Nee, ist er nicht. Und zwar, ich möchte gerne von den Millis, die laufen ja aktuell mit durch, möchte ich gerne die Last Time abziehen. Copy. Last Time abziehen und vergleiche das dann, wenn das nämlich kleiner ist als der Intervall. Klingt jetzt komisch. Du denkst jetzt gerade, es müsste doch größer sein. Aber warte, und jetzt kommt die Reverse Logic dazu. Wenn das größer ist als der Intervall, kleiner ist als der Intervall, dann möchte ich aus dieser Schleife zurück. Weil, so kann ich sicherstellen, dass, wenn das hier aufgerufen wird und es ist noch nicht abgelaufen, verlässt das System praktisch sofort die Schleife und geht dahin zurück. Sprich, kümmert sich darum, dass die Maus weiter aktiv bleibt im Windows-System. Dass unser Maus-Update hier unten, da unser Maus-Update, dass das die ganze Zeit gezündet wird. Ich könnte das jetzt auch andersrum schreiben. Ich könnte jetzt auch praktisch meine gesamte Funktion hier reinschreiben. Dafür muss ich natürlich das, ähm, äh, 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 ich könnte auch einfach eine Maus nehmen. Ich könnte das auch so rumschreiben, dass ich das so rummache, dann muss ich meine Funktion hier reinschreiben. Ich finde es schicker, wenn ich hier einfach einen Return drin habe. Vor allem gibt mir das nicht so völlig ineinander kaskadierte if, 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 und du hast nachher eine Einrückung, die über einen halben Bildschirm geht. Ich finde das so viel, viel eleganter. So, was ich nicht vergessen darf, sonst, ich schreibe das mal gerade, sonst habe ich das nämlich gleich vergessen. Wenn meine Maus-Update-Funktion hier durchgelaufen ist, blub, blub, dann soll Last Time natürlich auf den letzten Millis-Eintrag gesetzt werden, weil sonst versucht es das ja immer wieder. Millis sind immer eine nicht vorzeichenbehaftete 32-Bit-Zahl und deshalb muss das hier auch oben hier auch als 32-Bit-Zahl angesetzt werden. Okay, damit haben wir unser Timing im Griff. Das ist ja eigentlich total simpel bis dahin gewesen. Wir müssen hier jetzt praktisch bloß noch rein, ja, das durch die Maus bewegen. Machen wir das doch mal. gg-maus.move. Und jetzt kann ich mir überlegen, ob ich x- oder y-Richtung, y-Richtung wäre rauf-runter, x-Richtung wäre links-rechts. Ich nehme jetzt mal rauf-runter, kannst du machen, wie du gerade Geld hast, das ist eigentlich völlig egal. Weil ich nehme jetzt mal move y und das soll sich bewegen. Das haben wir ja oben ja schon mal definiert. 10 Steps, also Jiggle Steps, Copy. So, das soll sich natürlich auch zurück bewegen. Also, move y minus Jiggle Steps und hierzwischen möchten wir eine Pause haben. Und dafür müssen wir jetzt ein ganz spezielles Delay setzen, nämlich das dg-maus.delay. Und das soll sein Jiggle Time lang. Ich will die ganze Zeit Jingle Time sagen. Jingle Time, Jingle Time, okay. Das tun wir besser nicht. Okay, ja, das ist es eigentlich schon. Wir bewegen die Maus einmal in die Richtung, bewegen die in die Richtung zurück, warten in der Zwischenzeit da drauf. Wir können uns das ja mal gerade anzeigen lassen, damit wir sicher sind, dass das auch funktioniert. Ich habe die LED definiert, d.h. ich kann hier einfach hingehen. Wo ist denn mein blutes Setup? Setup, komm her, du Feichling. Ich klaue mir mal gerade diesen hier, Copy. Füge den hier ein und sage LED High. Und wenn der ganze Graffel durchgelaufen ist, dann füge ich da nochmal eine und sage LED wieder aus, low. So, das sind 100 Millisekunden. Das ist also verdammt kurz, um so eine Kontrolle zu haben. Was wir machen können, wir haben hier nach sowieso Zeit. Hier nach passiert ja nichts mehr. Wir haben, das ist also jetzt kein komplexes Programm, sondern wir können jetzt einfach hingehen und sagen, wir machen danach nochmal ein Delay und machen das einmal viermal so lang. Das heißt, wir haben jetzt eine gute halbe Sekunde ist die LED an. Das sollte man also auf jeden Fall sehen können. Warum nehme ich hier ein Mal? Ja, für den Compiler wird das erkennen und wird hier praktisch direkt die richtige Zahl einfügen. Wenn es nicht auf einer Konstante laufen würde, würde ich das wahrscheinlich nicht tun, weil multiplizieren ist für so eine kleine CPU halt immer richtig rechenaufwendig. So, dann mache ich das ja alles nochmal ein bisschen schöner. Last Time wird hier unten synchronisiert. Do the Jiggle wird hier aufgerufen. Ja, lassen wir das doch mal laufen, wa? Ja, prima. Das hat ja prima funktioniert. Nicht mal einen Fehler, direkt alles richtig gemacht. Hier seht ihr übrigens auch gerade den Nachteil von den ganzen kleinen CPUs. Hier ist nicht wirklich viel Speicher drin. Wir haben vier Kilo jetzt belegt und wir sind bei 53%. Da ist jetzt nicht so viel Platz drin. Das sind tatsächlich Maschinen, wo du wirklich simpelste Aufgaben dran geben würdest. Wir haben ja letztens die Ampel gemacht. Eine Ampel könnte man prima mit sowas steuern. Der ist für sowas genau ausgelegt. Viel größer musst du damit nicht gehen. Ja, dann schimmen wir das doch mal in die CPU. Und jetzt kommt so eine Besonderheit bei den Micro, bei den RT-Tinies, zumindest bei den DigiSparks. Die machen das nämlich ganz merkwürdig. Die ersten fünf Sekunden, die der DigiSpark in der Maschine steckt, meldet er sich bei Windows an und sagt, ich bin ein programmierbares Gerät, möchte mich jemand programmieren. Nach dem fünf Sekunden macht er das nicht mehr und übergibt praktisch die komplette Kontrolle ans User-Programm. Und das muss sich dann darum kümmern, dass es halt eine Maus wird. Deshalb, wenn man den programmiert, ist das total merkwürdig. Du kompilierst nämlich. So, und hier unten sagt er jetzt, Run in DigiSpark Uploader, Plug-in Device Now. Und ich habe jetzt hier eins liegen. Ich stecke das jetzt hier gerade mal in den Rechner. Nee, bei mir gibt es kein Ding-Diddle-Ding. Aber es ist durchgelaufen. Du siehst da nämlich schon, wenn es da unten steht, Micronuclear is done, thank you. Dann hat es funktioniert, dann hat es das übernommen. So, und jetzt gilt es eigentlich nur noch zu warten und zu gucken, ob sich die Maus bewegt. Ja, das war ja perfekt getimed, wa? Da haben wir es gerade direkt gesehen. Ja, und das ist eigentlich schon die ganze Aufgabe gewesen, die wir jetzt hier vorhatten. Das ging ja fix. Um direkt die eine Frage mitzunehmen, die euch jetzt sofort durch den Sinn geht, kann man damit nicht auch Blödsinn machen? Ja, kann man. Und wie. Mal gucken, ob ich dazu nochmal ein Video baue. Aber erstmal viel Spaß mit dem Maus-Jiggler hier und mit dem Aufwacher. Ja, wir sehen uns im nächsten Video.